Hallo, ich bin Sebastian Niklaus und ich zeige dir jetzt, wie ich meinen Elch auf diesen Pulli gestickt habe. Zuerst habe ich die Stickdatei angelegt, die ist sehr kleinteilig mit vielen einzelnen Flächen und deshalb habe ich besonders darauf geachtet, Sprünge, also Sprungstiche, zu vermeiden. Da die Füllung hinter der Kontur des Elchs liegt, beginne ich also mit der Füllung und hier links unten mit der ersten Farbe und arbeite mich dann nach rechts oben in den Elchkopf hoch. Im Elchkopf habe ich dann den ersten Farbwechsel programmiert und arbeite mich wieder nach links unten. Hier am Hals könnt ihr beispielsweise Laufstiche sehen, das ist eine Möglichkeit, um zwei Flächen miteinander zu verbinden. Wenn kein Laufstich mehr möglich ist, weil man vielleicht eine andere Fläche kreuzt, muss man einen Sprungstich machen, wie hier beim Auge. Wie man ein Stickvlies in den Stickrahmen einspannt und dann das Werkstück befestigt, habe ich in anderen Videos gezeigt, schaut euch die gerne mal an. Hier seht ihr nun die Rückseite der Stickerei mit den wenigen weißen Sprungstichen, die schneide ich jetzt von Hand. Dann löse ich den Pulli vom Stickrahmen ab und entferne auf der Rückseite bestmöglich erst das Vlies und schneide es dann zurück. Das ist übrigens wasserlöslich. Danach schneide ich die letzten Sprungstiche und fertig ist der Elch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Stickerei gefällt, gebt mir ein Like und schaut euch die anderen Videos an. Viel Spaß, euer Sebastian. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Stickerei gefällt,